ja hallo ich bin wieder auf meiner kleinen farm für die nicht mehr so klein ist und ja meine kleine katte hat sich gerade putzt wir freuen uns das heute wieder dabei bist denn heute geht es an die millionen und was hier das noch so ist okay ich kann dann heute mal hier mit an ich sammle alles hier jetzt auf und ein und schau mal was heute so geht hier jetzt kommen dann diese kürbisse weil er ja es sind ja insgesamt 800 die ich zusammengekriegt habe hätte ich nicht gedacht aber erst mal hier auch ein bisschen karotten die geht hier gut diese nicht auf der roten die karotten hahaha ja ich habe ja auch die karotten die ist aber gut versteckt so blaue bären erlauben so dann geht es mal hier rüber und zack auf stufe 10 ist der verfluchte kürbis und dann hier mal dann mache ich hier erst mal weiter hei 327 haben wir vorhin und es wird immer weniger dann hier und zack heute gibt es ganz viel kürbis jawoll immer her damit so glaube ich mal hier hoch einmal kurz zur tanke danke so die enten brauchen jetzt im moment keinen fuller weil die aufgabe ja fertig so dann mache ich hier weiter auf die erdmann drauf moment hier ist ja auch ach so die genau ich dachte ich kann die einsammeln die brauchen ja noch mal wasser hier ist das nicht schön ähm hier auch noch mal auf die weg so moment diese brauchen die die noch wasser naja egal jetzt kommt der pilz dran wenn man hier jemals eine pilz rüber möchte oder so auch die kartoffeln sind abgeerntet einmal wasser die sitzen noch nicht so weit das hätte ich nicht gedacht die dumm 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 so und hier haben wir die trauben so dann gehe ich mal eben hier hoch einmal hier zur tanke danke so einmal hier ins haus rein und dann wird hier am essen rum gefummelt nein das geht nicht stimmt da hat der stift auch eine andere farbe okay aber hier malen kann ich sprich 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 sie so dann einmal kurz auf die tassen gehen mit hier klimbele klang so was äh so moment hier das war jetzt So, den Moment, hier, so rum, schnibidi-bum, schnibidi-bang, bim-bum-bang, so, ach ja, die Kürbisse, und immer schön draufhüpfen, damit die auch schön platt werden, genau wie die dicken Melonen, haha, so, ich nehme mal hier, warte mal, mache ich das hier so, ne, den Baum nehme ich, und den Baum nehme ich, so, Moment, dann aber hier, so, kann ich hier Mati, Mati machen, ja, ich kann Mati, Mati machen, so, Vorsicht bei den Bienen, einmal hier am Obststand, dann kommt hier der Gemüse-Lkw, so, und dann nochmal, so, dann gucke ich mal hier, ja, das geht gut, so, hier hole ich auch noch was raus, vielleicht mache ich das hier doch wieder irgendwas zu, und mache da wohl einfach ein Teilchen, oder, ne, ich muss mal gucken, so, dann kommen jetzt hier diese Bäume drin, zack, alles schön und fein hier, so soll es sein, der Blumenstand, die Pilze, okay, was willst du, so, der Baum ist auch einmal gelevelt hier, haha, nein, nix, muh, im Moment nicht, so, Moment, ich gehe erstmal hier rüber, mein Haus, mein wunderschönes Haus, da, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf dem Weg dorthin, nehme ich das hier alles mit, so, ab heute, oh, meine Farm ist hochgekommen, ja, super, ich wollte gerade sagen, ab heute sind es noch genau 14 Tage, und dann gibt es Planet Coaster bei mir zu sehen, solange muss ich noch warten, bis es rauskommt, haha, aber es kommt ja bald, so lange werde ich hier noch auf der Farm rumfarm, haha, und, äh, ja, mag sein, dass das mit der Farm da ein klein wenig weniger wird, aber dafür bin ich dann bei der, äh, beim Planetencoaster, hier haben wir fast gesagt, ach, da war ein Baum, ach, da ist ja kein Essen da, ähm, schwupp, die pop, robbedidob, so, aber hier die Blumengissen, kleiner Hai, dumm, dumm, äh, ja, so, und jetzt kommen die auch wieder, und die wieder dann, und die, na, ja, 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 so viele Kürbische, ich sehe schon alles, und hier, meine Fresse, ach, das ist die Kürbischbeuge, aha, da fehlt da einer, warum auch immer, ist das nicht schön, da fehlt auch einer, aber egal, wie mache ich das denn hier, so, ach ja, es ist so schön, es ist so toll, tja, und nebenbei, also hier machen wir so die eine oder andere Clementine oder Butter, ähm, Dinger hier, Spekulatius, genau, ähm, ja, Ballonen freigeschaltet, juhu, und Level aufgestiegen, yeah, ich muss ja erstmal alles hier einsammeln, ne, was hier so rumliegt, so, Moment, der Kack, Toss ist auch hochgekommen, ja, super, oha, Level 18, das ist der Kürbis, na, wenn das so weitergeht, bin ich gleich noch auf Level 20, ja, hab noch einige hier zum Sammeln, ey, Halleluja, gleich erstmal Sprit alle, so, das kriege ich noch hier hin, ähm, dann werde ich mir erstmal hier einen neuen Sprit gleich besorgen, guck mal, was hier noch geht, das konnte ich noch mitnehmen, das ist toll, puh, da ne, Renner, ja, so, ähm, einmal hier, ein bisschen auftanken, ähm, einmal kurz hier durch, so, dann einmal hier hoch, und dann nehme ich erstmal die Geldform hier mit, die werde ich vielleicht irgendwie noch mal woanders machen, vielleicht auf meine neue Ecke, jetzt, die ich letztes Mal gekauft hatte, so, ähm, ah ja, Wasser, gut, so, äh, hier noch, so, der Baum hat Äpfel, der Baum hat Äpfel, und dieser Baum hat Äpfel, und der hat Äpfel, mache ich das heute mal so, mit der Hand, ja, ein kleiner Flachwitz noch so am Rande, damals mein Opa, hatte im Garten einen Apfelbaum gehabt, der ist jeden Abend rausgegangen, hat sich einen runtergeholt, ein Apfel, ja, vom Baum, wieder gematzt ist hier, so, da war ich auch beim Ständer, und hier, zack, alles schön angeordnet, habe ich Eier, mhm, dafür noch einige, aber gut, ähm, hier, Traupensaft, kann ich mal machen, so, machi, machi, bum bum, Pilze habe ich, okay, meine Kühe, das ist auch wieder was, so, Moment, dann haben wir hier, so, und dann haben wir hier, so, dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit, ähm, da ist alles gut, hier ist alles noch gut, die Äpfel, meist ist auch noch gut, das finde ich gut, wenn es gut ist, ja, ich denke mal, das war hier, alles, was ich einladen konnte heute, aber ich schaue noch mal, hier ist noch ein Baum, da gibt es noch was zu rum, so, ich musste mal sehen, wie ich noch meine Wege legen kann, ähm, ach ja, ich wollte ja mein Dings noch weiterbauen, hier, haha, mein Zirkus, uh, was haben wir denn, eine, zwei, so, jetzt kann ich das ja weiterbauen, denn letztens muss ich das Geld ja sparen, für meine Kürbisse, hm, ähm, ja, wie mache ich das hier, mit den ganzen, Gebäuden und so weiter, ich meine, da ist so wenig Platz, ich kann noch viel anderes machen, was ich so als Vergnügungspark bauen kann, aber da brauche ich mehr Platz, muss ich mal gucken, hm, vielleicht baue ich hier noch irgendwie was hin, erst mal hier, so, das lasse ich dann so, weil die drei extra bringt da nichts, so, Moment, das kommt dann auch weg, so, dann habe ich da die neue Reihe, ähm, das kommt dann auch weg, ja, aber kann ich das nicht so auf einmal weg machen, irgendwie, so, doch, so zu besser und einfacher, so, ähm, 200, so, das wird dann auch noch wieder weitergebaut, 11, nein, 12 Stunden noch, oh Gott, das hier ist ja nur so, da steht nur so darum, ähm, hier ist die Haltestelle, hier kann man ja noch so Wege irgendwie legen, lege ich dann hier irgendwie hin, der zur Tanke führt, und dann, muss ich mal gucken, ähm, wie ich das noch machen kann, und das halt Wege verbunden sind, dann hier irgendwie so lang, und dann bis hinten hin zu meinem Mondhaus, ja, das wird mich noch einiges an Diamanten und so kosten, die ganzen Wege, aber ich muss mal gucken, äh, zum Beispiel dieser Mondweg hier, der kostet, wo ist er denn, hier, sechs Diamanten, genau, und diesen Weg, lege ich dann eben noch hier so lang, und dann hinten lang, und am Wasser, um an der Brücke, oder sonst wo hin, und dann werde ich mal gucken, so, was mache ich hier noch mit meinem kleinen Garten, gibt es da noch so andere kleine schöne Blumen, die ich machen kann, ähm, was habe ich denn hier, ne Venus Fliegenfalle, halt da, die Wege, hmm, kostet mich zehn, und krieg dann immer wieder 1,20 zurück, ja, alle zwei Stunden, kann ich ja mal machen, zwei reichen, ne, so, dann kommt hier was anderes hin, äh, Oleander habe ich da zum Beispiel noch nicht, ähm, Lavendel habe ich auch noch nicht, mach hier auch noch mal zwei Lavendel hin, so, da habe ich ein bisschen Abwechslung, mal zwei da waren, zwei da waren, und hinten habe ich dann zwei, drei, aber das macht ja nichts, das ist ja mal interessant, ähm, so, wie mache ich das mit dem, den Weg könnte ich hier so langlegen, ähm, und dann nehme ich hier so rum, so eine Art eine Kurve, dann fülle der Weg hier so lang, und dann hier am, ja, da, ich, ne, 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 hier will ich noch keinen Weg vom Zirkus machen, weil ich will dann den Vergnügungspack und sowas dann doch noch woanders hin haben, ähm, dann mache ich hier einen Weg lang, und hier wechselt dann der Weg so eine Art, äh, in den Sparnissen Weg rüber, weil hier ja so ein Sparnisses Haus ist, und dann, schauen wir mal, ne, vielleicht fange ich schon mal an, hier so einen Weg zu legen, ich muss mal gucken, und dann überrasse ich dich, technisches mal damit, ja, nur ich selbst kann mich da nicht überraschen, da ich den Weg ja selber gebaut habe, so ein Pech aber auch, also, dann bleib erst mal gesund, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, und ich denke mal auch darüber hinaus, oh, die wunderschönen Polarlichter hier, ähm, ja, dann mach's gut, schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, was auch immer, und dann bis zur nächsten Folge, ne, bye, bye, Play Station